Haben Sie sich jemals gefragt, wie sich Intimität im Alter entwickelt? Heute tauchen wir tief in ein Thema ein, vor dem viele zurückschrecken, Oralverkehr und seine Auswirkungen auf unsere Beziehungen und sexuelle Gesundheit. Dieses Video ist speziell für Menschen über 50 Jahre konzipiert und beleuchtet, wie diese intime Praxis die Bindungen stärken, das Vergnügen steigern und zum allgemeinen Wohlbefinden beitragen kann. Bleiben Sie bis zum Ende dabei, während wir nicht nur die physischen Vorteile erkunden, sondern auch die emotionalen Verbindungen, die durch diese Praxis gedeihen können. Sie erhalten Einblicke in die Aufrechterhaltung eines erfüllten Sexuallebens, die Verbesserung der Kommunikation mit Ihrem Partner und das Annehmen der Tiefe der Intimität in jedem Alter. Vertrauen Sie mir, Sie werden das nicht verpassen wollen. Wenn Sie noch nicht abonniert sind, abonnieren Sie und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke, um keine Videos zu verpassen. Ihre Unterstützung bedeutet mir viel. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, können Sie mir helfen, die wertvollen Lektionen weiter zu verbreiten, indem Sie es lieten und teilen. Bevor wir gemeinsam diese erhellende Reise antreten, ist es wichtig zu betonen, dass der Inhalt, den wir gleich erkunden werden, sorgfältig speziell für ein Publikum ab 50 Jahren gestaltet wurde. In dieser entscheidenden Lebensphase, in der Erfahrung und Reife eine so wichtige Rolle spielen, haben wir eine bemerkenswerte Gelegenheit, unser Verständnis von Sexualität neu zu gestalten und sie auf eine Weise zu umarmen, die authentisch und erfüllend ist. Wenn Sie sich also in dieser schönen, komplexen Lebensphase befinden, ob Sie in Ihren 50ern, 60ern, 70ern oder sogar darüber hinaus sind, lade ich Sie herzlich ein, zu bleiben. Dies ist ein heiliger Raum, der für Lernen und Wachstum geschaffen wurde, frei von den Lasten gesellschaftlicher Tabus. Hier können wir offen die komplexen Veränderungen erkunden, die in unseren Körpern und Kötzen im Eiter auftreten, was es uns ermöglicht, uns selbst und unsere Partner auf einer tieferen, intimeren Ebene zu verbinden. Lassen Sie uns in das Thema Oralverkehr eintauchen, wissenschaftlich als Fellatio bekannt. Diese Praxis, die die Stimulation des männlichen Organs mit Mund und Zunge beinhaltet, mag zunächst ein sensibles oder unangenehmes Gesprächsthema sein. Einige könnten es als eine Praxis ansehen, die ausschließlich der Jugend vorbehalten ist, ein flüchtiger Moment der Leidenschaft, verbunden mit der Kraft früher Beziehungen. Die Realität ist jedoch weit umfassender. Paare jeden Alters nehmen Oralverkehr als kraftvolles Mittel an, um neue Tiefen der Verbindung, Intimität und des Vergnügens gemeinsam zu erkunden. Es ist wichtig zu erkennen, dass unsere Sexualität nicht mit dem Eiter nachlässt. Vielmehr kann sie sich verwandeln und auf unerwartete und bereichernde Weise gedeihen. Warum sollte man sich also auf diese intime Praxis einlassen, könnten Sie sich fragen. Für viele dient Oralverkehr als Tor, um ein reichhaltigeres, tieferes Maß an Intimität mit ihren Partnern zu erreichen. Es geht um mehr als nur physisches Vergnügen. Es geht darum, eine Verbindung zu schmieden, die das physische Reich übersteigt. Medizinische Studien zeigen, dass das Geben und Empfangen von Vergnügen durch Oralverkehr die Freisetzung wesentlicher Chemikalien im Gehirn auslöst, einschließlich Dopamin und Oxytocin. Diese Hormone sind nicht nur biochemische Reaktionen. Sie sind das Gewebe, das unsere emotionalen Bindungen zusammenwebt und ein Geflecht der Intimität schafft, das unsere Beziehungen stärkt. Dopamin, oft als das Glückshormon bezeichnet, umhüllt uns mit einem wunderbaren Gefühl des Wohlbefindens und der Freude. Es nähert unsere Geister und bereichert die emotionale Verbindung, die wir mit unseren Partnern teilen. Die Freude, die aus diesen gemeinsamen Erfahrungen entsteht, kann neues Leben in unsere Beziehungen hauchen und uns lebendig und vital fühlen lassen. Andererseits fördert Oxytocin das Bindungshormon, die Schaffung enger, vertrauensvoller Beziehungen, die die Zeit überdauern können. Dieses kraftvolle Hormon ist verantwortlich für die Vertiefung emotionaler Bindungen und die Verstärkung von Gefühlen der Liebe und des Vertrauens zwischen Partnern. Zusammen sind diese Substanzen nicht nur einfache Chemikalien. Sie sind wesentliche Komponenten, die Vertrauen stärken, die Kommunikation verbessern und ein tröstliches Gefühl der Sicherheit unter denen fördern, die diese intime Erfahrung teilen. Während wir diese Themen gemeinsam erkunden, lassen sie uns die Schönheit und Komplexität unserer Körper annehmen. Es ist wichtig anzuerkennen, dass mit dem Älterwerden eine Fülle von Weisheit und Einsicht in unsere Wünsche und Bedürfnisse kommt. Diese Reise geht über physische Intimität hinaus. Sie ist eine Erkundung dessen, wer wir als Individuen und als Partner sind. Während wir die Veränderungen navigieren, die das Alter mit sich bringt, könnten wir feststellen, dass sich unsere sexuellen Erfahrungen auf bemerkenswerte Weise entwickeln, was zu neuen Tiefen des Vergnügens und des Verständnisses führt. In diesem Raum fördern wir Ehrlichkeit und Verletzlichkeit, schaffen eine sichere Umgebung, in der wir unsere Gedanken, Gefühle und Erfahrungen ohne Angst vor Urteil teilen können. Die Ausübung intimer Praktiken wie Oralverkehr kann einen Funken der Verbindung entfachen, der nicht nur unsere sexuellen Erfahrungen bereichert, sondern auch unser emotionales Leben vertieft. Es öffnet die Tür zu Gesprächen über Wünsche, Grenzen und Fantasien und fördert ein tieferes Verständnis von uns selbst und unseren Partnern. Lassen Sie uns die Reichhaltigkeit unserer gemeinsamen Reisen feiern, die Verbindungen, die wir fördern, und die Freude, die wir darin finden, unsere Sexualität in jeder Lebensphase anzunehmen. Dies ist eine Einladung, Intimität neu zu entdecken, unsere Körper zu erkunden und unsere emotionalen Verbindungen zu vertiefen. Gemeinsam können wir diese schöne Landschaft der Liebe, Verbindung und des Vergnügens navigieren und uns daran erinnern, dass es nie zu spät ist, Freude und Erfüllung in unserem Leben zu kultivieren. Aus psychologischer Perspektive kann die Ausübung von Oralverkehr erhebliche Vorteile für Paare bieten, insbesondere in Lebensphasen, in denen intime Beziehungen oft vor Herausforderungen stehen und dazu neigen, abzunehmen. Das Journal of Sexualmedicine veröffentlichte eine überzeugende Studie, die zeigt, dass ältere Paare, die weiterhin verschiedene Formen der Sexualität erkunden, einschließlich Fellatio, signifikant höhere Zufriedenheitsniveaus in ihren Beziehungen berichten als diejenigen, die ihre sexuellen Erfahrungen auch traditionellere Formen der Intimität beschränkten. Dies ist ein eindrucksvolles Zeugnis für die Kraft sexueller Erkundung bei der Aufrechterhaltung emotionaler Bindungen im Alter. Es ist wichtig zu verstehen, dass Sexualität nicht nur um physisches Vergnügen geht. Sie ist auch eine wesentliche Möglichkeit, die emotionale Verbindung zwischen zwei Individuen zu pflegen und aufrechtzuerhalten. Die während sexueller Aktivitäten geteilte Intimität fördert Nähe, Vertrauen und Verletzlichkeit, die grundlegend für eine gesunde Beziehung sind. Die Ausübung von Praktiken wie Oralverkehr ermöglicht es Paaren, Zuneigung und Verlangen auf eine Weise auszudrücken, die ihre emotionale Verbindung lebendig und lebhaft hält. Es kann den Funken neu entfachen, der mit der Zeit vielleicht erloschen ist, die Partner näher zusammenbringen und ihre gemeinsamen Erfahrungen bereichern. Aus medizinischer Sicht kann Oralverkehr auch eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der sexuellen Gesundheit eines Mannes spielen. Wenn eine Person orale Stimulation erhält, genießt sie nicht nur eine angenehme Erfahrung. Sie fördert auch physiologische Prozesse, die zur allgemeinen Gesundheit des Fortzlandungssystems beitragen. Regelmäßige Stimulation des männlichen Organs, sei es durch Oralverkehr oder andere Formen der Intimität, verbessert die Durchblutung in diesem Bereich erheblich. Dieser erhöhte Blutfluss kann dazu beitragen, Zustände wie Erektile Dysfunktionen vorzubeigen, ein häufiges Anliegen vieler älterer Männer. Wenn Sie dieses Video immer noch ansehen und diese Lektionen nützlich finden, kommentieren Sie bitte die Nummer 1 unten, um mir mitzuteilen, dass Sie dieses Video weiterhin mit mir ansehen. Mit zunehmendem Alter tritt eine verminderte Durchblutung der Sexualorgane oft als eine der Hauptursachen für Schwierigkeiten bei der sexuellen Leistungsfähigkeit auf. Dieses Verständnis kann unsere Sichtweise auf sexuelle Praktiken im späteren Leben verändern. Anstatt als leichtfertig oder oberflächlich wahrgenommen zu werden, kann Oralverkehr als ein wesentlicher Aspekt der umfassenden Pflege der männlichen Gesundheit angesehen werden. Es ist ein proaktiver Schritt zur Erhaltung nicht nur der sexuellen Vitalität, sondern auch des allgemeinen Wohlbefindens. Dieses Verständnis unterstreicht die Bedeutung, ein erfülltes Sexualleben aufrecht zu erhalten, während wir die Komplexitäten des Älterwerdens navigieren. Solche Praktiken anzunehmen, kann Paare dazu befähigen, die Kontrolle über ihre sexuelle Gesundheit zu übernehmen und eine tiefere Verbindung zueinander zu fördern. Es geht nicht nur um physische Befriedigung. Es geht darum, eine Bindung zu pflegen, die das physische Reich übersteigt und die Schönheit der Intimität in all ihren Formen anzunehmen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ausübung von Oralverkehr nicht nur ein Akt des Vergnügens ist. Es ist ein tiefgründiger Ausdruck von Liebe, Vertrauen und Verzlichtung zwischen Partnern. Indem Paare die psychologischen und medizinischen Vorteile anerkennen, können sie ihre Beziehungen bereichern und ihre Lebensqualität insgesamt verbessern. Diese Reise der Erkundung und Verbindung erinnert uns daran, dass unser Sexualleben lebendig und erfüllend bleiben kann, unabhängig von unserem Alter. Es ist entscheidend zu betonen, dass die Ausübung von Oralverkehr oder jeder anderen intimen Praxis immer mit Sicherheit, Einverständnis und gegenseitigem Respekt angegangen werden muss. Es geht nicht nur um physisches Vergnügen. Es ist ein zutiefst persönlicher Austausch, der auf Vertrauen und Verständnis basiert. Offene Kommunikation ist unerlässlich. Partner müssen sich wohl fühlen, ihre Wünsche, Grenzen und etwaige Bedenken zu besprechen. Durch die Förderung dieses Dialogs können beide Individuen sicherstellen, dass die Erfahrung befriedigend, erfüllend und angenehm für beide Parteien ist. Als Sexualwissenschaftler erhalte ich häufig Anfragen darüber, wie man Oralverkehr effektiv ausführt und was man wissen sollte, um ihn sicher und angenehm zu praktizieren. Es ist wichtig zu erkennen, dass es keine universelle Formel oder festgelegte Techniken gibt, die für alle gelten. Jedes Paar und in der Tat jeder Einzelne hat seine einzigartigen Vorlieben und Wünsche. Daher liegt die Grundlage jeder intimen Handlung in der offenen und ehrlichen Kommunikation zwischen den Partnern. Solche Gespräche können zu einer reichhaltigeren und lohnenderen Erfahrung führen. Sie ermöglichen es den Partnern, zu erkunden, was sie wirklich erfreut, was sich angenehm anfühlt und wie sie die Bedürfnisse des Anderen unterstützen können. Dieser kollaborative Ansatz kann die Praxis des Oralverkehrs in einer Reise der Erkundung verwandeln, bei der sich beide Partner gesehen, gehört und geschätzt fühlen. Darüber hinaus ist es wichtig, Oralverkehr mit einer Haltung der Neugier und des Respekts anzugehen. Sich die Zeit zu nehmen, die Körper und Reaktionen des Anderen kennenzulernen, kann die Intimität verstärken und die emotionale Verbindung vertiefen. Ob es darum geht, den richtigen Druck, die Geschwindigkeit oder die Technik zu entdecken, das Ziel ist es, eine Umgebung zu schaffen, in der beide Partner sich vollständig entspannen und den Moment gemeinsam genießen können. In dieser Erkundung ist es auch von entscheidender Bedeutung, die Sicherheit zu priorisieren. Gute Hygiene zu praktizieren, über sexuelle Gesundheit offen zu sprechen und Schutzmethoden in Betracht zu ziehen, kann zu einer sichereren Erfahrung beitragen. Indem Paare diese Vorsichtsmaßnahmen treffen, können sie Oralverkehr mit größerer Gelassenheit ausüben und sich auf das Vergnügen und die Verbindung konzentrieren, die diese intime Handlung bieten kann. Letztendlich liegt der Schlüssel zur Beherrschung von Oralverkehr oder jeder Form von Intimität darin zu verstehen, dass jede Erfahrung einzigartig ist. Indem Paare diese Individualität anzunehmen, und offene Kommunikation priorisieren, können sie eine erfüllende und angenehme Erfahrung schaffen, die ihre Verbindung ehrt und ihre Beziehung stärkt. Es sind diese gemeinsamen Momente, in denen die Intimität gedeiht und uns daran erinnert, dass unsere sexuellen Reisen so reich und vielfältig sein können wie unser Leben selbst. Es gibt jedoch mehrere wesentliche Punkte, die beachtet werden müssen, um eine erfüllende Erfahrung für beide Partner zu gewährleisten. Zunächst einmal sind Entspannung und Kommunikation von größter Bedeutung. Oralverkehr sollte eine gemütliche und angenehme Erfahrung sein, die es Ihnen ermöglicht, Intimität ohne Druck zu erkunden. Nehmen Sie sich Zeit, atmen Sie tief durch und erinnern Sie sich daran, dass der Schlüssel zu dieser Praxis die Verbindung sowohl physisch als auch emotional ist. Wenn Sie sich jemals nervös oder unwohl fühlen, ist es wichtig, diese Gefühle mit Ihrem Partner zu teilen. Diese Offenheit baut nicht nur Vertrauen auf, sondern schafft auch eine Atmosphäre der Sicherheit und des Verständnisses. Beim Erkunden des männlichen Intimbereichs gehen Sie ruhig und sanft vor, da dieser unglaublich empfindlich ist. Die Zunge, die Lippen und der weiche, bewusste Kontakt können enormes Vergnügen erzeugen, ohne dass abrupte oder hastige Bewegungen erforderlich sind. Denken Sie daran, dass dies kein Rennen ist. Es geht darum, den Moment zu genießen und die Intimität, die Sie teilen, anzunehmen. Lassen Sie sich vollständig auf die Erfahrung ein und lassen Sie Ablenkungen oder Sorgen los. Die Verwendung Ihrer Hände kann eine wunderbare Ergänzung zur oralen Stimulation sein. Viele Menschen übersehen die Kraft ihrer Hände, das Vergnügen zu steigern. Indem Sie sie einbeziehen, können Sie gleichzeitig mit beiden Händen und dem Mund verschiedene Bereiche des Glieds erkunden und die Empfindungen für Ihren Partner verstärken. Dieser doppelte Ansatz verstärkt nicht nur das Vergnügen, sondern stärkt auch die Verbindung zwischen Ihnen. Die Intimität der Berührung kann unglaublich erregend sein und die Erfahrung noch besonderer machen. Ein weiterer entscheidender Aspekt ist die Hygiene. Wie bei jeder sexuellen Praxis ist die Aufrechterhaltung guter Hygiene von größter Bedeutung. Sauberkeit gewährleistet nicht nur eine angenehmere Erfahrung, sondern spielt auch eine wichtige Rolle bei der Vorbeugung von Infektionen und der Förderung der allgemeinen Gesundheit. Sich die Zeit zu nehmen, vor dem Oralverkehr zu duschen oder sich frisch zu machen, kann den Komfort und das Vergnügen für beide Partner steigern. Es ist eine einfache, aber kraftvolle Möglichkeit, Fürsorge und Rücksichtnahme für das Wohlbefinden des Anderen zu zeigen. Diese Elemente in Ihre intimen Erlebnisse zu integrieren, kann Sie in Momente tiefer Verbindung und Freude verwandeln. Indem Sie sich auf Entspannung, Kommunikation, den durchdachten Einsatz der Hände und Hygiene konzentrieren, schaffen Sie eine förderliche Umgebung, in der das Vergnügen gedeihen kann. Dieser Ansatz bereichert nicht nur die physische Erfahrung, sondern vertieft auch die emotionalen Bindungen, die Sie teilen, und ermöglicht es beiden Partnern, die Schönheit der Intimität in ihren vielen Formen voll zu umarmen. Letztendlich kann die gemeinsame Reise der Erkundung zu Momenten unglaublicher Zufriedenheit und Nähe führen, die lange nach der eigentlichen Erfahrung nachheilen. Die Variation des Rhythmus ist entscheidend, um während des Oralverkehrs ein zufriedenstellendes Erlebnis zu schaffen. Es ist wichtig zu bedenken, dass nicht jeder Moment dem gleichen Muster folgen muss. Den Rhythmus, den Druck und die Intensität zu ändern, kann aufregende neue Empfindungen einführen, die das Vergnügen für beide Partner steigern. Es geht darum, Kreativität und Spontaneität zuzulassen und dem Körper zu erlauben, auf das zu reagieren, was sich im Moment gut anfühlt. Apropos direkte Vorteile von Oralverkehr auf die sexuelle Leistungsfähigkeit. Studien haben dessen Potenzial als effektive Methode zur Bewältigung und in einigen Fällen zur Vorbeugung von Leistungsproblemen bei älteren Männern hervorgehoben. Die regelmäßige Stimulation des männlichen Glieds kann die Durchblutung im Beckenbereich erheblich verbessern, was für die Gesundheit der Blutgefäße entscheidend ist. Diese verbesserte Durchblutung spielt eine entscheidende Rolle bei der Vorbeugung von Erektiler-Dysfunktion, sodass Männer ein erneuertes Gefühl der Vitalität in ihrem Sexualleben erleben können. Darüber hinaus kann für diejenigen, die mit Leistungsangst zu kämpfen haben, die Praxis von Oralverkehr ein mächtiges Werkzeug sein, um das sexuelle Selbstvertrauen zu stärken. Die Intimität der Handlung kann dazu beitragen, Sorgen über die Leistung zu lindern und einen sicheren Raum zu schaffen, in dem Partner ihre Wünsche ohne den Druck von Erwartungen erkunden können. Dieses neu gewonnene Selbstvertrauen kann zu befriedigenderen Begegnungen führen und Angst in Vergnügen verwandeln. Wie ich bereits erwähnt habe, liegt der Schlüssel zu dieser Reise in der Kommunikation. Paare, die eine Umgebung der Offenheit und des Komforts in Bezug auf ihre sexuellen Bedürfnisse und Wünsche pflegen, genießen tendenziell ein erfüllteres Sexualleben. Dieses Gefühl der Sicherheit übersetzt sich nicht nur in eine bessere physische Intimität, sondern fördert auch die emotionale Gesundheit und das Wohlbefinden. Wenn sich partnerfrei fühlen, ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken, fördern sie eine tiefere Verbindung, die ihre gesamte Beziehung bereichert. Wenn Sie dieses Video immer noch ansehen und diese Lektionen nützlich finden, kommentieren Sie bitte die Nummer 2 unten, um mir mitzuteilen, dass Sie dieses Video weiterhin mit mir ansehen. Zusammenfassend, liebe Freunde, lassen Sie uns die Vorstellung widerlegen, dass Oralverkehr nur ein jugendlicher Zeitvertreib ist. Im Laufe unseres Lebens, besonders wenn wir die Reife annehmen, können wir weiterhin die Freuden eines vollständigen und gesunden sexuellen Daseins genießen. Es sollte keine Angst bestehen, neue Wege zu erkunden, um sich mit unseren Partnern zu verbinden. Indem wir dies tun, halten wir die Flamme der Intimität lebendig und stellen sicher, dass unsere sexuelle Gesundheit eine Priorität bleibt. Es ist eine wunderschöne Reise der Entdeckung, die es uns ermöglicht, die Bindungen, die wir mit unseren Lieben teilen, zu schätzen und zu pflegen, unabhängig von Alter. Lassen Sie uns diese Reise feiern und die Reichhaltigkeit und Tiefe unserer Sexualität annehmen, während wir gemeinsam weiter wachsen. Oralverkehr stellt nur eine Facette des weiten und vielfältigen Spektrums von Erfahrungen dar, die wir mit unseren Partnern teilen können. Wenn er mit Respekt, Fürsorge und Achtsamkeit angegangen wird, kann er zu einer bedeutenden Quelle von Vergnügen und Wohlbefinden für beide Beteiligten werden. Diese Praxis, reich an Intimität und Verbindung, bietet die Möglichkeit, die Körper des Anderen auf eine Weise zu erkunden, die Vertrauen vertieft und emotionale Bindungen stärkt. Es ist wichtig zu bedenken, dass dieser Kanal sich verzlichtet, ihnen wertvolle, zuverlässige Informationen zu liefern, die mit größtem Respekt und Professionalität präsentiert werden. Unser Ziel ist es, sie zu befähigen, diese Lebensphase mit Vertrauen und Erfüllung zu navigieren. Ihre Sexualität in jedem Alter anzunehmen, ist eine wunderschöne Reise und wir sind hier, um sie dabei zu unterstützen, sie vollständig und freudig zu leben. Indem wir sie mit Einsichten und Wissen ausstatten, wollen wir sie inspirieren, tiefere Verbindungen zu fördern, neue Wege der Intimität zu erkunden und die Reichhaltigkeit ihrer sexuellen Erfahrungen zu feiern. Gemeinsam lassen sie uns diese Reise der Entdeckung und des Vergnügens antreten und sicherstellen, dass jeder Moment geschätzt und bedeutungsvoll ist. Während wir diese aufschlussreiche Reise in die Welt der Intimität und des Oralverkehrs abschließen, möchte ich einen Moment innehalten, um über alles nachzudenken, was wir besprochen haben. Wir haben erkundet, wie diese Praxis nicht nur physisches Vergnügen, sondern auch emotionale Verbindungen verbessern kann und dabei Kommunikation, Respekt und Sicherheit priorisiert. Jetzt würde ich gerne von Ihnen hören. Was haben Sie bisher gelernt? Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um eine zentrale Erkenntnis aus der heutigen Diskussion zu teilen, die Sie in Ihrem Leben umsetzen möchten. Ihre Einsichten sind wertvoll und Ihre Erfahrung könnte andere in unserer Gemeinschaft inspirieren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat und Sie es hilfreich fanden, hinterlassen Sie bitte Ihren Kommentar unten und vergessen Sie nicht, unser YouTube-Kanal zu leaten, zu teilen und zu abonnieren, um mehr wertvollen Inhalt zu erhalten. Gemeinsam lassen Sie uns weiterhin die Schönheit von Intimität und Verbindung in jeder Lebensphase erkunden und feiern. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und ich freue mich darauf, Ihre Gedanken zu lesen.